Ja, moin Freunde, DirectX ist wieder am Start und weiter geht's mit Battlefield 1. So, wo sind denn hier jetzt Jäger? Ah, okay. Mann, Mann, Mann. So, so soll's laufen. Ja, alles, alles klar hier. Okay. Wo sind die denn da? Oh, da unten, da. Okay. Ja, ich muss auf jeden Fall näher ran. Ich könnte mich mal eben reparieren. Oh. Ja, jetzt bin ich hier ins Ziel geraten. Also fliegen ist hier irgendwie überhaupt nicht meins. Das verhält sich ja nicht mal wie ein Flugzeug. So, mal eben geswitcht auf Maus und Tastatur. Läuft irgendwie besser hier. Feindlicher Dreidegger kommt aus uns zu. So. Wow, der hätte mich fast gerammt. Ah, den krieg ich jetzt. Wollah. Schwierig, schwierig hier. Oh, jetzt werden wir hier nur angestrahlt. Von irgendwelchen, äh, Suchscheinwerfern. So, so viele können das aber gar nicht mehr sein. Oh, da ist noch einer. Ja, der dreht sich die ganze Zeit, aber so leicht entkommt der mir auch nicht. So, einen haben wir, glaube ich, noch. Da sind aber auch schon Maschinen, äh, von unserer Seite dran. Weil der hat auch nicht mehr überlebt. Oder? Dann soll er das Ding im Boden setzen hier. Das fliegt eh nicht mehr. Aber ich glaube, dem wird eventuell ein bisschen warm. Ja, wenigstens haben wir nachher was zu erzählen. Neues Problem. Da sind Bomber. Ja, die haben mir jetzt auch noch gefehlt. Die Bomber sind das Ziel. Konzentrier dich darauf. Boah, ich werde es versuchen. Die sind erledigt. Ah, scheiße. Ich habe mich heiß geschossen. Ah, es war ein bisschen unklug. Zu nah dran an der ganzen Geschichte hier. Muss mal ein bisschen hier abtauchen. Zu nah dran ist auch kacke. So, einmal komplett durch. Dann wenden. Abbremsen. Und alle runterholen. So ist der Plan. Ob das funktioniert, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber. Ja, ich bin ja schon am Reparieren. Also immer mit der Ruhe. Ah, ist natürlich total blöd jetzt hier. Weil die schießen aber auch einiges raus hier. Aber dafür hole ich zu mir jetzt hier einen nach dem anderen. Ich darf nur nicht zu nah ran, sonst äh... Nicht gut für mich. So, gewusst wie. Bin da zu nah dran. Auf dem Weg zum nächsten nochmal ein bisschen an der Kiste hier schrauben. Bist mir glaube ich sicherer. Boah, ich bin hier total im Ziel. Ich greife von unten an. So ein Auf-Hinter-Listik hier. Ja, merke ich auch. Boah, wie viel halten die denn aus hier? Ist ja unglaublich. Müsst du doch schon längst hier mal so Richtung Boden. Genau so. Ach da, da ist der. Okay. So, wie viel haben wir noch? Zwei und Jagdflugzeuge. So, da ist er schon. Oder beide vielmehr. Eigentlich ganz easy. Nur auf die Motoren schießen. Oh, jetzt wird's übel, glaube ich. Ja, die sind sehr schwer bewaffnet. Boah, leck mich am Arsch. Was ist denn hier los? Richtig viele Kampfflugzeuge. So, erstmal langsam die Gondeln zerlegen. Oha, da war ich ein bisschen zu nah dran. Nochmal. Dieses verdammte Luftschiff wird bald London erreicht. Eines von vielen weiteren Zielen. Festhalten. Das Ding brennt. Flieg das gleich in die Luft. Feind auf 6 Uhr. Hartabdrehen. Hartabdrehen. So, da muss ich mal ein bisschen mehr von der Seite oder so. Noch keine Ahnung. Auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass das hier nicht Richtung London kommt. Ach, jetzt sehe ich auch vorne dran, haben die so eine Bewaffnung. Da muss man dann mal ein bisschen was von oben machen. Glaub ich. So, ich glaube, ich repariere erstmal ein bisschen. Bevor uns gleich hier alles um die Ohren fliegt. Das gibt es ja gar nicht. Ja, ich merke auch. Aber was soll ich machen hier? So, da oben die scheiß Kanzel. Wow, die verteilt hier ordentlich Schaden. Ja, oder vielleicht doch erst die Jäger. Wird Sinn machen. Ich darf, glaube ich, nicht über die Luftschiffe kommen. Das ist, glaube ich, nicht so cool. Boah, das macht doch übelst einen Schaden hier. Ich werde auch von überall angeschossen. Ich hätte mir hier gewünscht irgendwie eine vernünftige Steuerung. Keine Ahnung. Das ist mir alles so... Ja, was weiß ich. Man hat hier gar keine Handlungsfreiheit irgendwie. Schade eigentlich. Wäre ziemlich geil, wenn man die aufsteuern könnte wie... Ja, wie richtige Flugzeuge. Macht die ganze Sache vielleicht für den einen oder anderen schwieriger. Aber ich glaube, ich würde besser klarkommen als dieses... Ja. Man hat irgendwie keine... Ja, man kann hier nicht richtig rollen und... Keine Loopings fliegen, vernünftige. Ich kann ja mal hier einen starten. Ja, ist ganz okay. Aber hier, so was hier. Ich mache jetzt gar nichts. Äh, geht gar nicht. Aber das ist nur so meine persönliche Meinung. Ich meine... Ich glaube, das war aber bei Battlefield nie anders. Ich meine, es ist ja auch keine Flugsimulation, aber... Boah, da wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen. So, jetzt gehen mir die Jäger aber richtig auf den Sack, muss ich ja mal so sagen. Die werde ich mir jetzt erstmal schnappen. Wenn ich nicht gerade gerammt werde hier, was ist das denn? Dad, jetzt ein bisschen mehr im, was stecken? Ohne. So, jetzt geht es mir. Jetzt sind wir noch dran. Jäger! Bist du mir! Hey, der schießt ja auf meinen Kollegen. Was soll das denn sein hier? So geht das nicht. So. So, ich muss erst mal hier so ein bisschen meinen Rhythmus finden. Und mich mal auf einen konzentrieren. Fällt mir gerade ein bisschen schwer. Ja, ist mir gerade im Moment so ein bisschen Latte. Wo sind die Jäger hier? Da ist einer. Joa, ist klar. Die Granaten oder was da rauskommt, haut ganz schön rein hier. Ich habe gedacht, der kommt jetzt wieder runter und kommt genau in mein Ziel. Weil der sich so komisch gedreht hat. Aber war leider nicht der Fall. Äh. Schon wieder so viele. Was ist denn hier los? Werden das wieder mehr? So, erst mal hier. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger. Liegt daran, dass ich mich versuche hier mal auf irgendeinen zu konzentrieren. Was mir irgendwie nicht so gut gelingt, muss ich zugeben. Liegt aber wahrscheinlich daran, weil es hier querbeet, kreuz und quer geht. Hier, der Heckschütze, der gibt ordentlich Gummi. Trifft aber anscheinend nichts. Äh, oder genauso viel wie ich aktuell. Aber die fliegen auch immer ihre random Loopings hier. Oh, das Geschütze ist auf jeden Fall zu nah. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Darf ich mal den Kollegen hier helfen? Ah, konnte ich ihn erwischen? Ich glaube nicht. Mein, mein, mein. Äh, anstrengend das Ganze gerade. Egal, wo ich jetzt hinfliege, ich bin eh immer im Visier. Aber was ist mit ihm? Hängen geblieben, oder? Ah, vielleicht kann man so die Luftschiffe zerstören. Ah, okay. Wenn man ein, ein, äh, anschießt, zum Absturz bringt und der aufs Luftschiff schrürzt, dann, äh, ist es, glaube ich, kaputt. Werde ich ja gleich sehen. Wenn ich mal so Richtung Luftschiff dreh, er hat auf jeden Fall eine Menge gebracht. Das Ding ist schon schön am Fackeln. Muss ich nur gucken, dass ich hier irgendwo einen erwische, der schön da in der Nähe rumschwirrt. Boah, übelst Feuer hier. Oh, da ist wieder die Kanone. Ja, das bringt nicht so viel. Man, 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 den manövriere ich jetzt aus und hole ihn runter. Das gibt's doch gar nicht. Äh, ich sehe gerade ganz schlecht, äh, wo der sich überhaupt befindet. So, getroffen habe ich. Ja, hier werde ich wieder gerammt, ist klar. Boah, die Kiste kommt auch nicht runter, ey. So, jetzt aber. So, habe ich hier noch was? Oh, ja, sicher. So, der hat auch gesessen, glaube ich. Leider nicht so ganz. Boah, reparieren ist angesagt. Ah, mein Heckschütze, der hält uns so ein bisschen, äh, den Rücken frei. Boah, das ist einfach zu viel hier, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich check die Logik gerade nicht so ganz. Ich befinde mich unterhalb der Luft, unterhalb der Luftschiffe. Oben drauf ist eine Kanone, aber trotzdem trifft die. Neben den ganzen, äh, Gewehrkugeln. Von, von den Jägern hier. Äh, macht mir jetzt nicht unbedingt einen Sinn, aber okay. Also, ich weiß nicht, bin hier irgendwie richtig schlecht gerade. Das Ziel ist auch ein bisschen kacke. So, kann ich da überhaupt noch was machen? Gehen die Gondeln ganz ab? Nee, natürlich nicht. Also, das Luftschiff müsste, glaube ich, eigentlich schon am Boden sein. Ah, okay, geht auch so. Ist ja eigentlich unser Hauptziel hier. Da muss ich mal schauen, vielleicht kriege ich die auch so runter. Und scheiß erst mal auf die Jäger da. Ach, da ist auch noch eine Kanone. Ja, supi. Da war ich zu knapp dran, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, ist doch nicht normal mit den Flugzeugen. So, jetzt werde ich mich nur ums Luftschiff kümmern. So, ist das Ganze doch viel einfacher. Ich habe schon wieder viel zu kompliziert gedacht, ey. Das ist einfach nur ein bisschen draufschießen und ja, aufpassen, dass man hier nicht vom Himmel geholt wird von den Jägern. Mehr ist das, glaube ich, gar nicht. So, läuft. Da war der Fehler, also. Gar nicht viel Action und hier gucken und machen und tun, sondern einfach aufs Luftschiff ballern und gut ist. Nebenbei noch ein bisschen aufpassen, äh, nix rammen hier. Boah. So läuft das. Ja, ich habe schon wieder um zehn Ecken hier gedacht, äh, aber das Ganze ist einfach viel simpler gehalten. Oh, das funktioniert nicht. So, ich glaube, Nummer eins muss jetzt mal so abdanken. Also, da dürfte jetzt eigentlich gar nichts mehr fliegen. Quasi nur ein Feuerball. So, hier können wir auch nochmal ein bisschen feintunen. Scheiße! Vorsicht! So, das Ganze hier schön umdrehen und dann Attacke. So, was ist denn jetzt da? Immer noch am Himmel. Boah, löschen die das oder wie oder was? Ja, dass ich ständig gerammt werde, gefällt mir irgendwie nicht. So, da müsste jetzt gleich aber Omas Schicht sein. Das Ding, das hält ja mega viel aus. Oder vielleicht war das doch noch nicht der richtige Ansatz. Weiß ich jetzt noch gar nicht. Äh, scheint das von oben gepanzert zu sein, oder was? Hm. Die Mission, oh, die ist schon recht seltsam. Ich weiß auch nicht, wieso. Entweder bin ich gerade zu blöd, oder ich stelle mich einfach nur zu blöd an. Natürlich fliegt das Ding immer noch. Wahnsinn. Was halten die denn aus hier? Ja, die reparieren das doch da drin, oder was? Ich bin zu blöd dafür, keine Ahnung. Das Flugabwehr geschützt. Festhalten. Wo willst du denn hin? Oha. Na los, Fritz. Komm doch. Ha ha. Scheint so, als ob wir die Mission geschafft hätten. Total komisch irgendwie. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben. Du und dein großes Mundwerk, Blackburn. Jetzt hängen wir hier auf dem Luftschiff, oder? Holen wir uns die Flak. Okay. Ich gebe dir Deckung. Ich checke gerade die Logik nicht. Aber okay, wir sind auf dem brennenden Luftschiff. Okay, wir müssen da rauf. Sieh nicht runter, okay? Okay. Sieh bloß nicht runter, verdammt. Holen wir uns die Flak. Schon, schon übel hier. Wenn dat mal so gehen würde. Dieses Geschütz bläst unsere Jungs sonst vorhin. Wir müssen es übernehmen. So ein Luftschiff ist ja generell mit Gas gefüllt, ne? Und, äh, ja, wie ihr seht, schöne Löcher mit Feuer und so. Ich meine, das Gas ist meist nicht brennbar oder heutzutage nicht mehr brennbar, aber... Boah. Könnte entweichen, aber... Oh. Joaha. Alles klar. Hey, jetzt gibt's hier noch ne Schießerei, oder was? Da ist doch einer, oder nicht? Ach, der ist schon tot. Okay. Alle tot? Ne, kann ja irgendwie nicht, sonst müsste ich ja jetzt hier nicht mit... Ja, wer sonst? So, was geht denn jetzt hier ab? Hab ich irgendwie was verpasst, oder was? Auf diesem verdammten Ballon. Ja, da funkt's ganz schön. Oh, was haben wir denn hier Schönes drin? Die obligatorische... So, wir müssen noch mal langsam hier an der Flak ankommen. Öh, von wo hat der denn geschossen? Ey, was ist los? Ey, ich hab dem schon die ganzen halbes Magazin auf den Kopf geschossen. Okay. Okay, dasselbe noch mal hier. Ja, natürlich ist er hier drin. Was habt ihr denn gedacht? So, ich mach euch kalt, ihr Säcke. Schnauze voll hier mit euch. Da ist der Spassi am, am, äh, an der Flak. Und den hol ich jetzt da runter, weil der geht mir auch auf den Sack. So, und jetzt kommt Kazala für alle hier. Mal ein bisschen hier Schädlingsbekämpfung. Oh, jetzt nur noch treffen. Und auf, äh, die Feinde zielen. Und nicht auf die eigenen Truppen. Oh. Wer schießt denn hier? Aha. So, ich hol jetzt das Scheißding hier runter. Das geht mir alles auf den Sack. Oh, scheiße. Schon wieder heiß geschossen. So, jetzt wird die Zigarre hier ausgemacht. Ganz einfach. So lobe ich mir das. Fertig. Oh. Oh, was ist denn da? Kommt ein neues Luftschiff, oder was? Bin dabei, bin dabei. Scheiß Luftschiffe hier. Ich glaube auch. Ich bin dabei, wie。 Ich bin dabei, glaube ich. Ich bin dabei, mein dabei ist es sicherlich letztendlich. Ich bin dabei, weil ich mich boatswad汁 dertismusbewer c ».